mutatiert das deutsch so jetzt sehen wir den nächsten Tariqman der Todin ok da haben wir oh ja ne andere Waffe war der das? ja der war das oh gott ich kann den Namen kommen lesen Moment na guten Abend Pilos okay ich transmitte Shiel's neue intel auf die Waffen Oh, die beiden Fotzen tingeln direkt da oben rum. Na, da warte ich doch lieber, bis einer zu mir kommt. Oh, kacke, die kommen beide zu mir, oder? Die kommen beide auch in derselben Richtung. Ach, kacke. Perfekt. Oh, möglichst schnell machen, ich habe keinen Bock, dass der andere mir so fit dazwischen flunkt. Ja, ja, komm, komm, stirb, verrecke, geht doch. Oh. Was? Ach, falsche Milizierung, ach, quatsch, falsche Waffe, scheiße. Nichts wird es geben, du sprichst hier nichts mehr, Alter. Ja, ich bin auch nicht an dieser Aufstehen, obwohl mittlerweile bin ich an die Aufstehenzeit gewöhnt. Jetzt kommt's. Abaddon, slant, slant hard! Origami, aktiviert! Gott. Wie ist es der Haste jetzt weg, wenn wir nicht mehr brauchen, Alter? Abaddon, slant, 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 slant. Ich fühle, dass ihr seht aus, kann man eigentlich mal wieder quatschen? Autsch. Ich habe nämlich gerade nichts zu tun. Lelb. Ich habe mich über die erste Verantwortung verabschiedet. Ha 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 Ha. Und Down. Alter. Die Saison fliege. Jedes Mal. Bitte schau uns an. Schau nicht, ich bin hier. Können wir sprechen? Ta-da! Ich bin zufrieden, ich bin zu schreien! Äh, wie lange bis 8 Uhr dachte ich so. Das sind... 5... Ja doch, 5 Stunden. Ist doch grad 15 Uhr, oder? Ja. Okay, die Mucke passt mir überhaupt nicht gerade. Das ist besser. Okay, Divine... Ist das meine einzige Divine Kurzschwertwaffe? Ist ein bisschen näher. Nein, aber offensichtlich die stärkste. Scheiße. Egal, das passt schon. Okay. 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 Ich bin da, wie wir da haben. So ein One-Sack wird doch schnellstens vergraben. Boah. Oh, dieser Satz. Boah, passt doch wo die hinschießt. Das ist sofort gleich allein, ey. Ey. Hey. Ja, da ist... ... 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 von 40 fps im durchschnitt merkt man auch gar nicht meine scheiße ich merke das gar nicht macht der gewohnheit das ist ganz witzig mit der munition je weiter ich weg stehe desto besser desto mehr damage was ist für ein schütze also scharfschütze ich bin ja mal hart gespannt ob das welche probleme wieder mal gibt der ist gleich tot ich will ihm nicht mal mehr eine minute sag ich ja das ist nachher wieder ein spaß den spaß zusammenzuschneiden oder auseinander viel mehr zusammenschneiden mache ich ja nichts wieso auch gibt nichts zusammenzuschneiden so viel zeit mit dem ganzen system noch mal in der ganzen länge reinzuziehen habe ich auch nicht das ist die ganze Zeit ein die 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 Ah, herr war der Trübeliner, das ist mein Name. Ich bin der Polk. Ich bin der Polk. Ich habe gesagt, mir kann man nicht davonlaufen, das könnt ihr vergessen. Mir kann man am bestenfalls anspringen, was man gerade gesehen hat. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich mal durch hier. Gott. Lass mal wo du hinziehst, du kannst noch jemanden treffen. Was ist das tun die auch noch hier? Okay, strategischer Rückzug. Arigami neutralisiert. Gut gemacht. Das ist es. Gut gemacht. 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 Die NPCs sind tatsächlich nur Kugelbüter und Ablenkung. Die meisten Damage reißen sie ja nicht, also meiner Meinung nach. Im späteren Spielverlauf zumindest. Ich habe das Gefühl, ich habe Haste drauf gerade. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin so viel Speed nicht gewohnt. Vollidiot. Das machte meinen Skaten sehr kuhl. Ich sage den tippen. Gut. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich werde Düreien beim Foto. Ja, ich werde Dürmer. Ich bin nicht sicher. Das ist der letzte Mal! Mission erreicht! 9 Uhr auf! Ha! Hättet das erwartet!